Servus zu einem neuen Format und zwar einem V-Blog, einem E-Bike News-Blog. Und hier soll es in vier Minuten kurz und knackig Infos aus der Bike-Branche geben. Wir starten mit dem ersten Punkt. Countdown startet hier. Die erste Neuerung ist SRAM. Die SRAM bringt jetzt einen neuen Powertrain, so kennzeichnen sie das System. Das ist ein Konglomerat aus allen Teilen an einem Fahrrad. Das heißt, es gibt ein komplettes Rad, also ein E-Bike. SRAM baut hier den Motor und drumherum kommen alle Komponenten wie die elektronische AXS-Schaltung. Die hängt an dem System drin. Mein Remote, meine Smartphone-Steuerung, meine digitale Sattelstütze. Alles hängt da dran. Das ist kein SRAM-Motor, sondern ein Prosen-Motor, also der altbekannte S-MAC-Motor, den wir schon kennen. Und das ist dann dieser Powertrain, den SRAM hier anbieten wird. Also eine Automatik-Schaltung ist dann noch mit integriert, sodass die Schaltung der Antriebsstrahlenkette, Kassette und Motor halt alles zusammen in einem angeboten wird. Und man verspricht sich einfach eine bessere Zusammenarbeit, weniger Verschleiß und diese Themen. Demnächst wird es dann Hersteller geben, die haben das dann im Programm. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wann der nächste kommt. Punkt 2, Texlock, das bekannte, bunte und flexible Schloss. Das gibt es ja schon seit 5 oder 6 Jahren. Das habe ich im Bestand, weil dieses Schloss einmal farbenträchtig ist. Das gibt es jetzt in der neuen Farbe, Chateau Red nennt sich das. Und wir haben drei Versionen zur Verfügung von diesem Schloss. Einmal in der Länge von 80, 120, 160 Zentimeter. Und aber auch in der Art, nämlich das Islet-Schloss. Das ist hier so ein Durchzugsschloss. Dann haben wir das MADE, das ist also eine Rahmenschloss-Verlängerung. Und wir haben das ORBIT, das ist ein komplett selbstständiges Schloss, was man dann abschließen kann. Und das Ganze vereint einfach eine Flexibilität. Es hat einen sehr, sehr hohen Diebstahlschutz, weil verschiedene Gewebearten hier verbaut sind mit einem Metallkern. Und trotzdem bleibt das Ganze sehr flexibel. Die Schlösser starten bei 129 Euro, habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Wie auch im Übrigen da alles drin ist, also alle Punkte, die ich hier anspreche, sind unten im Video immer verlinkt. Und ihr könnt direkt nochmal auf ein Folgevideo oder auf andere Punkte eingehen. Nächster Punkt, GoCycle. Besonders leichtes Rad, 18 Kilogramm klein, leicht agil, vor allen Dingen sehr, sehr basic das Rad. Sehr clean, da ist kaum was dran. Mit einem Narbenmotor, mit einem Akku, der bis 375 Wattstunden leistet, Smartphone-Anbindung, all die Sachen sind dran. Pflegeneutral, Kettenkasten komplett. Unten alles ist gekapselt, also die Kette muss eigentlich nicht gereinigt oder geölt werden. Das verspricht zumindest der Hersteller. Und ihr habt ein kleines kompaktes Rad, was ihr ins Wohnmobil, ins Büro, in die Bahn überall mit hinnehmen könnt. Sogar in ein kleines Auto könnt ihr das laden, könnt ihr das mitnehmen. Da gibt es verschiedene Modelle, ohne Automatikschaltung, mit Automatikschaltung, aus Carbon, aus Aluminium und, und, und. Blende ich euch auch ein zusätzliches Testvideo ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Startet bei 3.799 Euro. Gehen wir nochmal zum Zubehör und zwar zu Helmen. Lival hat den neuen L23 gebracht. Das ist ein Helm nach der niederländischen S-Panel-Lek-Norm. Wir in Deutschland haben ja sowas noch nicht für schnelle Räder. Das ist also diese 8er-Klasse. Und dieser Helm, der ist ja natürlich nicht nur für den S-Panel-Lek-Fahrer geeignet, sondern auch für den normalen Fahrradfahrer. Hat aber die höhere Schutzklasse. Zusätzlich haben wir hier ein Visier an Bord. Wir haben verschiedene Beleuchtungen. Hinten dran, die gibt es auch ohne Visier. Verlinke ich euch unten auch. Startet bei 99 Euro für ein S-Panel-Lek. Dann springen wir nochmal zu einem besonderen Rat und zwar zu einem Mustache J. Das kommt jetzt gerade auf den Markt. Das ist ein Tiefeinsteiger, der voll gefedert ist und den ihr mit Riemen haben könnt. Also eine technische Besonderheit, was es so in dieser Zusammensetzung nicht oder nur ganz wenig gab. Das J kommt jetzt demnächst bei uns ins Geschäft. Und das gibt es, wie gesagt, mit Riemen. Das kann man aber auch mit Kettenschaltung haben. Das kann man fürs Gelände haben, eher mit Gröberbereifung. Das kann man auch nackt haben, also als Mountainbike-Version. Trotzdem immer mit dem Tiefeinsteiger oder natürlich auch Straßenversion voll ausgestattet. Kleiner Gepäckträger, großer Gepäckträger. Da kann man im Konfigurator, habe ich unten wieder verlinkt, verschiedene Modelle sich auf- oder zusammenbauen. Und das Ganze startet bei 5199 Euro. Und dann haben wir nochmal ein Zubehör, und zwar das Sigma ROX 12.1 Evo-Display. Das ist ein Navi- und Fitnessgerät, was ihr euch oben ans Rad machen könnt. Und ihr könnt das mit vielen Rädern per Bluetooth verbinden. Also ihr könnt euch eure Trittfrequenz, eure Herzfrequenzmessung, all diese Sachen, Motorleistung, Akkustand, Unterstützungsstufen, das könnt ihr euch hier verbinden. Ihr könnt natürlich navigieren, aber es geht hauptsächlich um auch diese Fitness- und Navigationsauswertung, die ihr damit machen könnt. Liegt bei 399 Euro, hat ein schönes, großes Farb-Display. Und auch hierzu habe ich euch ein Test-Video hier unten eingestellt. Das waren schon die Kurz-News. Wenn ihr weiterhin immer wieder mal diese schnellen News haben wollt, dann abonniert gerne den Channel. Drückt unten auf die Glocke, damit ihr dann auch die Info bekommt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.